Das war ja ein tolles Rennen, das die ganze Woche war toll. Wie ihr so richtig dagegen gefeiert habt, wir kennenlernen so ein bisschen nach vorne, hast du dann gesagt, ey, das lassen wir uns diesmal nicht gefallen, sondern es geht durch. Ja, ich meine, wir wussten, wir sind ganz klar in Herderwinde-Favoriten-Position hier heute in den Abend schon gegangen und in die Schlussjagd sowieso, aber es ist natürlich immer schwer, wenn man fünf Teams eigentlich im Nacken hat, wo jedes Team eine potenziell große Gefahr darstellt, wenn die mal hier einen richtigen Drive, vielleicht einen richtigen Rhythmus erwischen. Aber ich bin darüber glücklich, dass wir die letzten 50 Runden einfach hier, haben wir gesagt, jetzt fahren wir von vorne und haben uns vom Publikum tragen lassen. Es war einfach großartig. Wollte gerne sagen, wann habt ihr angefangen mit der Taktik? Einfach gesagt, jetzt vorgestern oder gestern schon, naja, sieht ganz gut aus. Vor allem, ich glaube, der auslaggebende Punkt war doch heute Abend auch, dass ihr dann noch beim Rundenpunktefahren dann noch eine Runde gemacht habt. Die Bonusrunde hat natürlich nochmal ein immenses Polster an Sicherheit gegeben, einfach. Wir konnten, wie gesagt, so, als die Weltmeister, als die mit der Dublette einfach mal die Schlagzahl erhöht haben, wenn wir die Bonusrunde nicht gehabt hätten, hätte ich, denke ich, hätten wir sofort reagieren müssen, weil dann wurde es sehr gefährlich. So habe ich eigentlich gedacht, die machen jetzt nicht da eine Tempoverschärfung, aber, wie gesagt, es ist dann noch eine halbe Stunde, es ist auch für die Jungs lang. Und da habe ich eigentlich, glaube ich, gar nicht ganz falsch, weil wir konnten dann die anderen Mannschaften auch kontrollieren und dann, wie gesagt, am Ende hin hier war es eine super Triumphfahrt. Hat denn dein Töchter oder deine Frau dir schon ein SMS geschickt? Ich bin noch nicht dazu gekommen, aufs Handy zu gucken, aber ich denke schon. Okay, Lalf, herzlichen Glückwunsch nochmal und dann würde ich sagen, 2016 gleiche Stelle, gleiche Welle und dann wieder gleich als Erster. Danke sehr. Danke, danke dir.